So, hallo, hallo meine Freunde hier auf YouTube. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei dem TORG. Mit dabei habe ich heute das coole Spiel Tune Legacy. Ich glaube, es wird auch so ausgefahren, ne? Genau, Tune Legacy. So, und hier sind wir angelangt in Level 2. Ich habe schon mal ein Video aufgenommen, schon länger her. Und ja, sei gegrüßt. Es ist mir eine Ehre, dich wiederzusehen. Seht ihr, ich habe schon mal gespielt, das ist ein Ladespiel. 2007 Credits muss ich sammeln. Abbrechen und los geht es mit Windfallen bauen. Jawohl, Sir, Oka. Jawohl, Sir, öche auf. So, Windfallen sind fertig. Können hier platziert werden. Halt mal drüber. Und eine Gewürzraffinerie brauchen wir noch. Können wir mit dem Squad, oder was ist das? Ein bisschen die Map erforschen. Jawohl. Jawohl, sagt immer. Jawohl. So, Gewürzraffinerie gebläst. Und... Der sagt echt Mähdrescher. Ich werde verrückt. Das ist eine Harvester, eine Erntemaschine. Und kein Mähdrescher. So, die Erntemaschine, die farmt da oben das Spice weg. Das orangene, oder rötlich, das ist das Spice. Und wie im Film auch, das Spice muss fließen. Leute, es muss fließen. So. In Ordnung. Jawohl. In Ordnung. Ich bin übrigens auch auf Twitch vertreten. Solltet ihr auch da angemeldet sein. Schaut doch mal bei mir vorbei. Tork-Live. Und ja. Lasst dem Video hier doch einen Daumen hoch da und einen Kommi. Ihr wisst, das liebe ich von euch. Ich antworte auch fast immer sofort. In Ordnung. Jawohl. Jawohl. In Ordnung. Jawohl. So. Nun gut. Dann machen wir den jetzt noch hier vorne hin. Bereit. Klasse, ne? Klasse. Dune Legacy. Kostenlos zum Download. Link für die Download-Seite schreibe ich in die Videobeschreibung. Da könnt ihr dann das Spiel euch auch holen, wenn ihr Bock habt. Also. Free-to-play. Dune Legacy. Saugut. Kann ich nur empfehlen. Bereit. So. Jetzt mal hier. Gewürz-Silos. Damit uns kein Gewürz abhanden kommt. So. Und die Gewürz-Silos. Vorrats-Silos. Die placen wir mal da hin. Okay, okay, okay. Läuft. Also, wir brauchen 2700 Credits, ne? Du bist ja Bescheid. Bereit. Jawohl. Bereit. Jawohl. Bereit. Jawohl. Läuft beim Talk, ne? So muss das sein. Okay, 1000 Credits haben wir. Oh nein. Bereit. Jawohl. Äh, ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Bereit. Ja, äh, die Erntemaschine hat sich festgesetzt. Und jetzt? Jawohl. In Ordnung. Oh, es hat funktioniert. Oh, wei, wei, wei. Ich dachte schon, ich muss das Spiel jetzt aufgeben. Weil sich die Erntemaschine, äh, verbarrikadiert hat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da macht noch was mit. Und weiter am Farmen. Wie gesagt, die Sparrausgabe, die... Der Mähdrescher ist wieder aktiv. Der Mähdrescher, genau. So, mit Twitch habe ich euch erzählt. Daumen hoch und Kommi, ne? Habe ich auch schon erwähnt. Was gibt es noch zu erzählen? Ich grüße jetzt hier an der Stelle mal ein paar Leute. Auf jeden Fall erstmal meine Familie, mein Vater und so weiter, ne? Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch mal einen Kommi da. Und, ähm, ja, Jens, Ronny, die Rena, die Sina, die Rosi, die Britta und meine ganzen Fans, meine ganze Community. Ich danke euch vielmals, dass ihr mir so viel Support da lasst. Ja, okay. Ich habe wieder einen Schrott zusammen, aber egal. So, wie sieht es aus mit der Erntemaschine? Die ist jetzt zu 76% gefüllt. Da oben steht auch Erntemarsch, Punkt. So, meine lieben Freunde, hier auf YouTube. Und die Erntemaschine erntet weiter vor sich hin. Und jetzt fährt sie nach Hause, in die Raffinerie. Und das gibt wieder schönen Credits. Na, jawohl, ja. Ja, ich, ähm, erkunde extra nicht die Map, ja. Mit den, äh, Squad und mit dem anderen, da unten links, die blauen, äh, Einheiten. Mit denen könnte ich eigentlich die Map jetzt erkunden, aber, da unten ist die Basis von den Feinden, ja, von den Ordos, von den Grünen. Und, äh, wenn die mich hier sehen, dann schicken die ihre ganzen Truppen hier hoch und da habe ich keinen Bock drauf. Das ist zu aufregend. So, wir haben jetzt 1700. Oh, es muss nochmal geharvestet werden. Also, nochmal Gewürz geerntet werden. Okay, hoffentlich schaffen wir das noch, bevor die Ordos uns entdecken. Hört ihr die Musik? Düm, 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 macht's, düm, düm, düm. Ja, was sagt der Jens immer so schön? Ich wünsche euch viel Spaß mit den Dingen, die ihr so macht. Oder wo ihr macht. Ich weiß es nicht, wie es genau der, der Ausdruck ist. Viel Spaß mit den Dingen, die ihr noch macht. Okay, so kann man das sagen. Sehr schön. Jens, du rulst. Grüße gehen raus an dich. Jensi Boyle, mein Freund. Wie weit ist die Erdmaschine voll? 56% gefüllt. Und da tun wir den einen Soldat mal weg, damit er da auch das letzte bisschen Gewürz abernten kann. Ich glaube, wir brauchen nochmal eine, äh, ein Silo. Das bauen wir jetzt mal direkt hin. Während die Erdmaschine jetzt, wo fährt sie hin? Fährt sie zurück? Ne, geht zu dem anderen Spicefeld. Da unten sind die Ordos, Hilfe. Ich wollte es nur gesagt haben, liebe Erdmaschine. Kannst du nicht einfach davor fahren. Und jetzt geht er zurück. Es gibt wieder Credits, Leute. Es gibt wieder Credits. Yo, Baby, yo. Bam, 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 bam. Oh, yeah, oh, yeah. Jakob, Jakob von Bookcam ist hier am Start und guckt mir zu. Oh, jetzt geht's ab. Da waren die ersten Ordos zu sehen. Die, äh, fahren jetzt zurück und sagen, ihre Abstation, dass ich hier oben bin. Und dann kommen ganz viele, äh, ganz viele Einheiten von denen hier hoch. Das finde ich nicht gut. Das ist nicht toll. Wir müssen so schnell wie möglich die 2700 Credits erreichen, damit die uns nicht angreifen. Aber ich sehe schon, komm, die kommen gleich vorbei. Achtung. Die Ordos, die bösen, bösen, grünen Ordos. Wir sehen ja die blauen. Und die blauen sind die Atreides. Ne, Atreides vom, äh, Planet. War ich jetzt gerade nicht. Ist ja auch egal. Äh, 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 rückzug. Schnell rückzug. Nein, 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 nicht kaputt schießen. Die Basis wird angeschlossen, aber toll. Jetzt haben wir jetzt Zeit. Ich bin gerade ein bisschen im Stress, Leute. Okay, mach die fertig. Ich hab's euch gesagt, die Ordos, die kommen noch hoch. Und was ist? Genauso ist es passiert. Okay. 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 Wir brauchen nur noch 300 Credits. Wäre doch gelacht. Oder machen die mich fertig jetzt hier auf den letzten Drücker? Ja, macht sie platt. Oh, ho, 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 ho. Ich könnte jetzt eigentlich auch eine Fabrik bauen, die Einheiten wie die Squats herstellt. Okay, jetzt. Komm. 300 Credits nur noch. Bitte, bitte, bitte. Schafft das jetzt mal. Liebe Erntemaschine. kapazität in den silos habe ich 3005 das reicht aus okay nein 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 bitte nicht nicht meine dings angreifen okay reparieren 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 schnell 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 und schaffen wir es 2.700 oder nicht ja ich glaube jetzt haben wir es geschafft liebe freunde auf youtube 2800 wir haben eigentlich das ziel schon erreicht jetzt müsste eigentlich da die meldung kommt dass ich es geschafft habe gut ich habe keine dings mehr keine angriffsfahrzeuge mehr weil ich keine fabrik gebaut habe jetzt machen die meine raffinerie kaputt na toll ich habe heute 2800 credits liebe leute ach komm her ich baue jetzt noch mal eine ding nein wird auch noch mal eine erntemaschine angegriffen leute das kann nicht sein jetzt kaputt nee ist in der maschine in der raffinerie drin da steht inhalt 2190 gleich oben steht über 2600 irgendwas stimmt da nicht mit der mit der anzeige oder der inhalt nur von von der raffinerie meine liebe freunde ich mache jetzt hier mal einen speicherstand rein spiel speichern youtube 2 und dann machen wir beim nächsten mal hier weiter oder wenn wir es nicht schaffen dann muss man immer noch dieses level von vorne anfangen aber egal gut vielen vielen dank fürs zuschauen bis hierher ihr seid echt spitze super lasst den daumen doch ein video hoch das ist ein geiler spruch also macht's gut und wir sehen uns beim nächsten mal wenn es wieder heißt der tor spielt einen computer spielt und jens ein spruch ihr wisst ihn ich wünsche euch viel spaß mit den dingen wo ihr noch macht also macht's gut und ich bin raus tschüss tschüss